Hallo liebe Zuschauer, hier übt gerade Marc Malzahn. Er übt über unser Serviceteam zu springen, aber in Wirklichkeit würden wir ihm gerne 10 oder 12 Personen aus dem Publikum hierher legen. Und wenn Sie das verfolgen möchten bei Aber Hallo, dann schlage ich ganz einfach vor, am nächsten Sonntag um 19.10 Uhr nehmen Sie sich nichts anderes vor, sondern nur Aber Hallo bei RTL. Ich freue mich auf Sie. Aber Hallo, die Frank-Elzner-Show. Sonntag 19.10 Uhr bei RTL.